Hallo Leute, willkommen zurück zum Gameplay zu Titan Quest Ragnarok. Ja, wir sind bei der chinesischen Mauer angekommen. Sie ist sehr interessant. Mir gefällt sie sehr. Habt ihr sie nicht mehr so im Blick, aber natürlich sieht sie aus wie in real life. Ist ja auch eines der besten alten Bauwerke. Die muss natürlich sein. Ohne die Mauer würden China eigentlich gar nicht China sein. So, oder China, oder China. Je nachdem. Man sagt auf Deutsch, es gibt tausende verschiedene Arten. Ab welchen Unterschied sagen wir China. Das ist jetzt eben extrem, oder? Dann sage ich lieber China, oder China. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch, tönt bei anderen, ja, bei Deutschen, hä? Deutschen oder Österreicher. Ich weiß gar nicht, wie die Österreicher sagen zu China. Aber, ähm, wahrscheinlich auch irgendwas mit zuck, oder so. Klima. Ja, prima. Ach, schöne Aussicht. Schöne, dass ein Vernebeler unten ist, aber natürlich ist es für die Performance. Weil Titan Quest recht für schlechte Pages gemacht wurden. Einfach Shader. Ich hatte, als es veröffentlicht wurde, so extrem gehalten. Und ich habe nie gesagt, dass es Shader braucht. Und natürlich konnte ich es nicht spielen. Ha, habe ich es gekauft und konnte es nicht spielen. Ich wollte es gleich zurückgeben, aber gut. Ja, man sollte wirklich den Flocken ausreichen als Pet, äh, Beschwör. So, der Flock ist wahrscheinlich schon weg, ja. Oh, so ist interessant. So ist eigentlich schön die Gegend bis zum Nebel hinten. Aber, ähm, das ist wirklich ein Spezialgebiet, so zu sagen. Aber nicht so gut der Gegner natürlich. Tropfen fast nichts. Aber jetzt kommen die Draconrotze, das wie sie heißen. Die Chans Patrouille macht also Fortschritte? Hervorragend. Es freut mich zu hören, dass unsere Männer die Sache im Griff haben. Bekommen... ...einen Schalschmier braucht. Kein Mensch. Als Pet... Magier. Hm. Das sind jetzt Kopfgeld direkt. Okay, es kommen noch nicht gerade so vor. Doch da sind sie, ne? Na, Gabbone heißen sie. Ähm, hallo? Hast du dich beschwört? Geht doch auf ihn. Immer dieser Verfolger. Weisst du, man kann nur ein bisschen etwas verändern, schon ist die KI tausendmal besser. Aber die lassen das auf so unterirdisch schlecht. Vor allem mit dieser Reichweite, dass wenn man irgendwo ein Gebiet, wo drüben noch eine Area ist, dass die immer auf die andere Seite wohnen und die Gegner besiegen wollen. Und das ist natürlich nicht gerade toll. Sollten wir wenigstens merken, wenn sie die anvisieren, dass es da ein, ja, Wassergewässer da herum ist. Schön, wie sie ihn besiegt hat. Das ist so toll, wenn gleich der Mager besiegt wird. Das hilft so extrem. Gut. Oh, das erste chinesische Gebäude. Ach. Das wäre jetzt so Minecraft mit dem, äh, Mikroblocks-Mod. Also, äh, Chisel and Bits heißt er. Bei Mikroblocks wird nicht mehr weiter und würde schade, aber es ist besser geworden mit Chisel and Bits. Ach ja. Ich habe so einen extremen, äh, ja, einen extremen Lust. Da hätte es zu bauen. Okay, die haben auch, ah, das sind nochmals die Tiger, okay. Ah, die Tiger, ja. Das ist schon nicht mehr, was ich sagen will. Aber hier irgendwo hat sie eine große, ähm, Siedlung von denen. Also, wir haben sie schon gesehen, genau. In der letzten Fahrt haben sie schon gesehen. Oh, die Quest mit dem, äh, großen Raptor war. War wie ein Dinosaurier, der, also wie ein T-Rex, der die Siedlung kaputt macht. Ist recht gut gemacht. Wenn man kann auch mit wenig, ähm, ja, talentischen, entwickeln eigentlich gute Gebiete machen und so weiter. So, jetzt habe ich, glaube ich, hier noch irgendwo eine Quest. Hier ist sie. Wir haben diesen Telkine gesehen, von dem du sprichst. Er trug eine große Sichel und war von diesen verfluchten... Ja, das ist die Hauptquest. Es gibt aber hier irgendwo noch eine Quest für... Wenn du auf der Straße nach Chang'an gehst, solltest du nicht in den Wald gehen. Ich habe gehört, dass dort eine schreckliche... Ach, das ist das. Damals habe ich, äh, ein... Feuerbogenschützen gemacht und hatte dort schwere Probleme. Okay, die kenne ich noch gut. So. Ein schwarzes... Hm. Gute Reise. Wir verkaufen hier Dinge für die Anwender der Magie, nicht für Krieger. Wieso haben wir jetzt wieder so wenig Schaden? Ah, wenigstens 1,18. Okay. Ja. Leider immer noch wieder kein Nichts Neues. Ist normal. Hm. Ist leider so. Ach, früher wusste ich noch, hatte ich immer wieder Sachen gekauft. Als Wahrheit Krieger und Bogenschützen. Hm. Gehen wir mal hier runter. Ah, genau. Naja. Das hatte ich letztes Mal vergessen, als ich den D2 Immortal Mod gespielt habe. Bin ich einfach durchgerascht und habe vergessen, diese... den zu holen musst du natürlich wieder zurück wegen der Quest. Naja. Jetzt machen wir aber alles. Hören wir alles. Schönes Gebiet hier. Guck mal alle auf mich. Dankeschön. Ah ja. Wie der herum torkelt. Was liebt das? So ähm... Raptoren, die torkeln. Haha. Wie der herum torkelt. Wie der herum torkelt. Wie der herum torkelt. Wie Lockt das? Es sieht so peinlich hier aus, aber die, ähm, naja, die Umfe ist da, gleich. Das hilft uns viel noch weiter. Wenn ihr sie zuerst auch ein bisschen killen habt, dann gehen wir sofort auf Eichenhaut und dort auf die Resistenzerweiterung. So, gehen wir mal hier an. Ah, Ratten wieder mal. Hallo, ich hab euch so vermisst. Wir sind immer so leicht, der Gegner, Ratten sie nicht, weh. So kurz, um entspannen, kurz mal auszuruhen. Oh, der hat Gift. Okay. Interessant. Ja, da ist interessant. Magie, magie, magie. Ja, es wäre gut, wenn wir so Tanks haben dann. Also, ja, eigentlich ist ja der Alpswern der Tank, aber der hält am wenigsten aus. Also, der bekommt einfach am meisten auf das Dach. Hm. Ja. Müssen wir schauen. Wir gehen dann auf Nahkampf hoffentlich und wir gehen auf die Magie, die Arte-Figur. Äh, brauchen wir die lieber. Ich hab keine Quest gefunden, oder? Wir gehen mal kurz zurück. So, hier möchte ich gerne nochmal auf Intelligenz machen. Wir haben mehr Intelligenz, desto mehr Schaden machen wir. Mit dem Stab. Weil, äh, äh, ich kann nicht noch schauen. Aha, ich hab ihn doch aktiviert. Wie doof ist denn das? Ah. Ich hab ihn aktiviert. Ja? Ah, Chang'an kommt erst. Ich dachte, das sei er Chang'an. Ganz klar. So, die Jade-Statue, wo haben wir ihn? Wenn du auf der Straße nach Chang'an gehst, solltest du nicht in den Wagen gehen. Hm, interessant. Ich weiß nicht, wo ich dann abgeben muss. Ja, das ist das Gleiche. Hier auch nicht. Vielleicht hier? Ah. Das heißt, wenn wir einen guten Grund haben. Aber einer wie du, der reißt frei umher. Okay. Da hat jetzt gar nichts zu zählen. Ah, hervorragend. Ich stehe zu meinem Wort. Hier ist die Bezahlung. Okay, die hat die Statur heute. Hat er gar nicht gesagt. Okay, okay. Also machen wir hier. Zuerst einen hier hin, damit wir die scannen können. Sehr gut. Alles andere brauchen wir ja nicht. Also jetzt einfach dieses Wiederhersteller das Leben noch ein bisschen verstärken. Und hier ist die Energiekosten. Das ist natürlich auch nicht nötig. So, und dann machen wir das mal so, dass wir alles einzulieber switchen. Dann ist es die vier. Jeeey. Hallo. Viertes Mitglied. Wunderbar. Also können wir wieder weg. Ah, sehr gut gemacht. Also man muss schon ein bisschen suchen für die Quests. Und es ist einfach toll, hier so ein bisschen weniger linear zu haben. Weil vor diesem kleinen Dörfchen hat sie ein recht breites Gebiet gehabt. Die Mauer war das einzige nicht breite Gebiet. Aber naja, die Nymphe ist ein bisschen zu langsam. So. Und vielleicht einfach, weil sie außerhalb der Aura ist. vom Albtraum. Ja. Und Albtraum. so. 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 Also die hat so viel Angst, dass sie direkt wegschaut, direkt abhauen will, hat sie auch irgendwie einfach weggefunden, dann ist es plötzlich wieder gut. Aber eben, das ist so eine extreme Unwohlheit. Ja, da bin man einfach weg, da schleutet es einem weg, das ist Wahnsinn. Na, hier immer noch nicht am Tropen, blöte Sumpfbewohner. Ja, wir haben alles, ja. Die Nymphen so... Oh, nicht die, bitte. Die waren doch erst da am Hängen im Garten. Okay. Na, ähm... Albtraum, aus dem Problem mit dem Spinn. Okay, er hat sich, er hat das Leben abgesagt von dem... Ich glaube, den habe ich gar noch nicht fertig gespielt. Oder doch. Ja, noch fünf. Da können wir einscreen. Elf von 16 Armeen. Ein Raptor und ein paar Gottesanbeterinnen, ist auch toll. Ja, so Mischgegner. Also, ich kenne immer wieder Spiele, die einfach immer an einem Häufen von einer Rasse dran sind. Und... Und... Für mich, Gegner, das würde wirklich schön das Game auflocken. Ähm... Ja, Titan Quest ist ein Game davon. Und... Ja, Dungeon Switch 2 hat mir ja auch nicht so gefallen von den Gegner aus. Aber er war schon irgendwie wirklich super Spiel auch. Kann ich leider nicht gerade so gut Let's Playen oder ähm... Ähm... Komm, ja... Gameplay draus machen oder so Livestream. Ich will nicht mehr leben. Ich hatte gehofft... Problem ist es sehr schwer. Man muss wirklich so anfangen, dass man einen Tank hat. Und zwei Damage-Damage-Diele. Und ich habe meistens zwei... Ähm... Tanks. Also Tanks. Und Heiler noch dazu. Und das geht am Anfang halt nicht, dass man kommt so recht schnell. Einfach nicht weiter, weil man in Müde stirbt. Und auch zu wenig Schaden macht oder so. Aber eben... Es ist ein Mod, wo eigentlich alles ein bisschen besser macht. Und das möchte ich eigentlich... Ohne nicht farmen. Ohne ist Dungeon Switch 2 recht schlecht. Ah, das ist glaube ich Hotfix-Mod. Man bekommt leider ihn nicht mehr so gut über. Aber es ist wirklich so ein gutes Spiel mit diesem Hotfix-Mod. Und ja, ich freue mich, dass ich es noch auf dem Desktop abhaben kann. Weil... äh... Sonst würde ich den... Hotfix-Mod verlieren. Ich werde sowieso noch eine Festplatte kaufen bald, die 4TB hat. Wo ich extrem viele Spiele drauf machen kann oder so. Hm. So... Dann wären wir glaube ich auch bei dieser Höhle, die... Wo... Die erste Quest ab... Ähm... Ja, genommen... Angenommen haben. In diesem kleinen Dürfchen. Es gibt ja 2 eine im Quest. Und ja, die zweite habe ich ja erst später gesehen. Aber die erste... Ist glaube ich diese Höhle. Also auf jeden Fall bin ich hier gestorben. Mal schauen wie so. Okay, wirken fetten Spinnen. Das ist tropische Witwe. Hallo, was machst du noch? Ja, dann machst du gar nichts. Er macht mal nichts. Okay, endlich. Okay, die Jade-Figur. Also nochmal so eine Jade-Figur? Nein. Ja. Also man sah es, ein Pad ist schon richtig gestorben. Ein Wolf. Ist schon recht schwer hier. Das ist bedenklich. Ich habe 100% mehr Leben auf den Pads. Und... Ja. Haben wir da auch langsam rein. Mit dem Stab. Ich mache zwar einen neuen Stab endlich mal wieder, aber... Äh... Ja. Ich habe ja in den vorletzten Part eigentlich nie angegriffen mit dem Stab, weil ich ja nicht die Agro wollte. Aber so geht es ja echt gut mit den Pads. Die sind ja wirklich sehr machende Agro. Das ist toll. Es hilft schon viel, wenn man ein bisschen vorwärts macht und nicht fahrt. Man muss halt auch spielen können, oder? Man muss dieses Defizit von den Icons, die man nicht hat, und halt einfach ein bisschen spielerisch rausholen. So. Jetzt gehen wir noch kurz hier runter. Ah, das ist ein Sternengegner. Gehen wir noch ein bisschen ab. So. So. Und der Sternengegner nicht gleich reinhauen kann. Wie verrückt. Sehr gut. Ja, ist Berlin. Toll. Endlich wieder ein Sternengegner. Ich habe schon lange nicht aufgewachsen. Nun vermisst sie recht schnell. Da kann ich ja eine höhere Chance auf gute Atem zu haben. Denke ich jetzt mal. Ich bin gar nicht mehr so sicher. Aber ein bisschen mehr Erfahrung ist immer gut. So. Jetzt gucken wir noch kurz. Da haben wir alles gemacht. Was ist denn hier oben? Das ist nur ein geschlossenes Gebiet mit einem Loch da dahinter. Ja. So. Ja. Dann, was kommt hier oben? Mhm. Mhm. Die. Ja. Natürlich wieder die Falschen. Ich will aber die Dragone oder was haben wir ja auch. Auf ihn bitte alle. Ja, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt abhauen. Aus der Reichweite. Ja, greift doch nicht da an. Ja, das hilft nicht. Die kommen natürlich nach. Die wollen natürlich in ihrem Buff-Gebiet sein. Und deshalb müssen wir sie auch frontal angreifen wieder. So. Auf ihn bitte. Sehr schön. Genial ist. Ich lieb das auch. Ah. Edgy badgy, ey. Kommt nicht mehr hier drauf. Ihr könnt mich nicht fangen. Du, 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 du. Ja, das sind bei mir auch die Katzen, die wollen so viel spielen. Und man kann so Blödsinn mit denen machen. Das ist wirklich toll. Jetzt wo sie aus der Baby-Alte raus sind. Und sie natürlich auch ein bisschen mehr kämpfen. Haben weniger Angst. Man kann sie angreifen ein bisschen. Also ohne Schaden zufügen natürlich. Und ja. Wir verstehen den Spaß natürlich auch mehr jetzt. Also ist ja toll. Aber das sieht so toll aus mit diesem Pantel. Also genial. Ach ja. Kein Pest ist so ein gutes Spiel. Es freut mich immer so ein bisschen. Ähm. Neues zu entdecken. Neues. Ist jetzt schon alt. Und man ist ja natürlich nicht so gefasst auf vieles Neues. Und wenn man Neues entdeckt, dann ist man immer so richtig froh. Und dann der fünfte Akt alles neu. Aha. Ich werde es lieben. Ich habe es jetzt euch gar nicht so gezeigt. Also ich habe es gar nicht gezeigt. Aber lasst euch überraschen. Es ist wirklich toll. Okay. Es ist nur ein Brücke. Äh. Ein Steg. Keine Brücke. So. Wir sind in Chang'an denke ich mal. Krieger. Hör mir zu. Eine Frau bat mich nach einem wie dir Ausschau zu halten. Sie wartet im Zentrum der Stadt Chang'an. Aber hast du schon die Neuigkeiten gehört? Chaos breitet sich in den Straßen aus. Das ist eine Wackel-Schriftbox. Die wackelt ein bisschen rum. Ich wollte sie ein bisschen anhalten. Ah ja. Das ist ja mal interessant hier. Ich kenne das gar nicht mehr so gut. Komm bitte nicht. Nein. Ihr habt das Spiel verdorben. Ich habe den Standort gesagt. Das ist jetzt. Ich gesotzt. So. Ja es ist ein bisschen schwer jetzt. Ein bisschen schneller zu reden. Also ich möchte wirklich schon ein bisschen schneller reden. Damit ich nicht mehr so langweilig wirke und so. Es ist wirklich so, dass ich halt einfach ein bisschen Probleme habe mit der Gesundheit. Deshalb manchmal ein bisschen langsamer rede. Und das mögen die Deutschen nicht. Okay. Wieso kann man das an? Hä? Intensant. Kann man nichts machen? Hm. Also die Standorten gegen diese Anführer sind ein bisschen zu häufig. Ja. Ich denke ich mache noch ein Part von Puff weg. Weil ich schaue, dass ich das fixe mit der Auflösung, die nach rechts weiter geht. Und. Und. Dass ich hier zwei Actionrollenspiele habe, dass ich mehr an die Sprache wieder gewöhnen kann. Ja. Sonst werde ich bald noch zu alt und müsste gezwungenermaßen schweizerdeutsch. Let's play. Das ist jetzt auch nicht so gut. Ja. Ja. Dann war das bald vorüber. Wir gehen noch kurz nach oben hier. Äh. Ich komme jetzt gar nicht um die Ecke. Schön, dass du nicht angegriffen hast, solange die Fackel, äh das Banner weg war. Also man merkt den DPS Anstieg von der Nymphen. Das ist wirklich gut, weil, ähm, sie macht jetzt nicht so viel. Ah, die macht Schaden in Prozent, ja. 3% Lebenskraftreduzierung. Macht schon ein bisschen mehr aus. Weil sie macht ja da noch Schaden dazu. Und ja. Wird sicher steigen dann. Ah, das hat Chang'an. Wunderbar. Wir arbeiten hart, um Chang'an zurückzuerobern. Aber wir haben mehr Probleme als nur die Monster. Irgendwie sind die... Kennt jemand Chang'an? Weiß jemand, wo das ist? Ich bin gerade mit meinem Schiff in mein eigenes Landzeug und Platz. Ich glaube am Gelben Fluss, irgendwo bei Shanghai. Das Wort geht um, dass du die ganze Zeit... Vielleicht ist es Shanghai, äh, früher Chang'an gewesen. So. Jetzt gehen wir noch kurz zurück. Ich muss nur noch den Maypoint suchen. Ah, hier haben wir ja ein paar Meister. So. Da haben wir nichts. Ah, hier oben gibt's noch ein Gebiet. Gut. Dann können wir nämlich noch die Quest abgeben, wenn du... Wenn das jetzt überhaupt gelöst ist. Aber ich denke schon. Ich weiß gar nicht, was man lösen musste. Weil, äh... Ja. Wenn du auf der Straße nach Chang'an gehst, solltest du nicht in den Wald gehen. Ich habe gehört, dass dort eine schreckliche Bestie umherstreift. Ja, aber wo ist die schreckliche Bestie? Hm. Ah, vielleicht dort unten. Ich glaube, die ist sogar stark. Ja. Die ist, glaube ich, sogar stark. Die machen wir ein anderes Mal, wenn wir ein bisschen besser sind. Gut. Also, dann... Machen wir das nächste Mal hier weiter in Chang'an. Äh, da müssen wir ein paar Leuten helfen. Es gibt recht viel zu tun. Okay. Ja, so Rüstung ist es wirklich nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Resistenzen für die Pads. Das bekommen wir nur durch die Eichenhaut-Erweiterung. Also, ähm... Müssen wir da nichts nehmen. Da ist wieder Rüstung auf einem Stab. Wiedersehen. Und zwar das hier. Dauerhaftigkeit von Stein. Fünfelementar Widerstand von Eichenherz. Nicht Eichenhaut. Eichenhaut ist, glaube ich, besser gehört. Sacred 1 und 2. So, ein Eichenherz. Gut. Jo. Und da können wir noch Schadensabsorption. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Sehr gut. Wunderbar. Also, Dankeschön fürs Schauen. Nächste Part kommt so bald wie möglich. Tschüss.